Erlebnisweisen von nicht-heterosexuellen Orientierungen Ich danke, dass ich zu Ihnen sprechen darf, auch wenn es nur eine Aufzeichnung ist. Und ich spreche hier als Mensch, der sich fachlich mit Sexualität Was ich diesem Vortrag vorausschicken will, ist Erlebnisweisen von nicht-heterosexuellen Orientierungen Ich danke, dass ich zu Ihnen sprechen darf, auch wenn es nur eine Aufzeichnung ist Und ich spreche hier als Mensch, der sich fachlich mit Sexualität auseinandergesetzt hat Der Grund war zunächst mein eigenes Leben Und ich habe verschiedene Erlebnisweisen von Sexualität oder Sexualitäten Bei vielen Menschen beobachten können, die ich in den Jahren meiner Praxis begleitet habe Was ich diesem Vortrag vorausschicken will, ist, dass die Beobachtungen, die ich schildern werde Alle im Rahmen von sexualwissenschaftlichen und sexualtherapeutischen Modellen reflektiert wurden Zunächst muss die Frage gestellt werden Ist es überhaupt legitim, von unterschiedlichen Erlebnisweisen beim Thema Homosexualität zu sprechen? Betrachtet man das, was die Wissenschaften über Homosexualität sagen, dann muss man zu einem Ja kommen Denn, seit selbst der Deutsche Lesben- und Schwulenverband auf seiner Homepage sagt Dass alle Versuche, Homosexualität als angeborene Form sexuellen Begehrens zu beweisen, gescheitert seien Wird also auch von Aktivisten bestätigt Was Rolf Gindorf in einem geschichtlichen Abriss über den Begriff Homosexualität sagt Es gibt nicht eine Form der Homosexualität Allenfalls gibt es Formen von Homosexualitäten So wie es übrigens auch nicht die Heterosexualität gibt Damit wird eine Vorstellung überwunden, die am Ende des 19. Jahrhunderts Einzug hielt Damals haben Männer wie Karl Maria Katberny, Karl Heinrich Ulreichs und Magnus Hirschfeld versucht Das gleichgeschlechtliche Begehren, das sie selbst empfunden haben, zu einer Variante der Schöpfung zu erklären Das heißt, neben der heterosexuellen Anziehung durch Mann und Frau gab es nach ihrer Auffassung jetzt noch einen andersgeschlechtlich orientierten Menschen, der sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlt Als Alfred Kinsey um 1940 allerdings feststellte, dass in seinen Befragungen und Untersuchungen von Männern zwischen einem Viertel und der Hälfte aller Männer ihre Fähigkeit bewiesen haben, auf homosexuelle Stimuli zu reagieren obwohl sie selbst vorgaben, heterosexuell zu sein haben wir ein Bild unendlicher Schattierungen und jede denkbare Kombination von Homosexualität und Heterosexualität vor uns Kinsey meint, es ist damit unmöglich, zwischen sogenannten erworbenen, latenten und angeborenen Typen von Homosexualität zu unterscheiden Damals, so der selbst homosexuell empfindende Psychotherapeut Heinz-Jürgen Aubeck in seinem Buch Homosexuell und das ist in Klammer nicht Fragezeichen, Klammer zu gut so dachte man eigentlich, dass die Homosexualität als Konzept einer in sich stabilen sexuellen Orientierung gestorben sei Der Sexualwissenschaftler Rolf Gindorf sagt sogar, dass das Konzept des dritten Geschlechts von Anfang an ein politisch motiviertes Konzept und kein wissenschaftliches war Aber wie schon der Deutsche Lesben- und Schwulenverband anmerkt, gab es trotzdem immer wieder Versuche das homosexuelle Begehren als etwas Angeborenes zu beschreiben So versucht der Hirnforscher Simon LeVay zu beweisen, dass homosexuelle Menschen eine andere Gehirnstruktur haben Seine Forschungen an sechs exhumilierten Männern, die als Homosexuelle an Aids verstorben waren, wurden schnell als Beleg einer angeborenen Homosexualität bewertet Er selbst sagt 1991 aber über seine Forschungen Für viele ist die Tatsache, dass in der Gehirnstruktur von schwulen und heterosexuellen Männern ein Unterschied gefunden wurde eine Bestätigung dafür, dass Homosexualität eben angeboren ist Immer wieder wird behauptet, ich hätte nachgewiesen, dass Homosexualität genetische Ursachen hat Das trifft jedoch nicht zu Meine Untersuchungen wurden an Erwachsenen durchgeführt, die bereits längere Zeit sexuell aktiv waren und es lässt sich nicht sagen, ob die von mir beobachteten strukturellen Unterschiede bereits bei der Geburt bestanden und den man später in Richtung Homo- oder Heterosexualität determinierten oder ob sie erst im Verlauf des Erwachsenenerlebens aufgrund des Sexualverhaltens dieser Männer entstand 1993 wurde der Genetiker und Verhaltensforscher Dean Hamer mit der Annahme eines homosexuellen Gens berühmt Denn er hatte bei 55 von ihm untersuchten homosexuellen Brüderpaaren entdeckt dass es auf einem von der Mutter vererbten Genabschnitt, XQ28, eine Ähnlichkeit gab Die Zeitungen schrieben damals, dass nun das Schwulengen entdeckt worden sei Dean Hamer sagt dazu aber selbst Derzeit wissen wir nicht, welche Informationen auf einem Genabschnitt liegen und wie sich Geninformationen auf komplexes menschliches Verhalten wie das der Sexualität auswirken Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kam man 2019 in einer der weltweit größten Auswertungen von genetischen Untersuchungen zum Phänomen der Homosexualität So wird dort die Aussage getroffen Verhaltensmerkmale wie sexuelles Verhalten und Orientierungen sind nur teilweise genetischer Natur Sie werden auch zum großen Teil von der Umwelt und den Lebenserfahrungen eines Menschen geprägt Die zusätzlichen Einflüsse von Kultur, Gesellschaft, Familie oder individuellen Erfahrungen oder nicht genetisch bedingten biologischen Einflüssen auf die Entwicklung des sexuellen Verhaltens und der sexuellen Orientierung dürfen in keiner Weise ausgeschlossen werden An diese Quellen könnten nun noch viele weitere Untersuchungen wie Zwillingsstudien oder Hormonuntersuchungen, epigenetische Annahmen etc. angefügt werden Die Aussagen des Deutschen Lesben- und Schwulenverbandes das solche Untersuchungen als gescheitert bewertet könnten dadurch nicht überwunden werden Trotz all dieser Aussagen ist damit aber nicht die von mir am Beginn gestellte Frage vom Tisch Ist es überhaupt legitim, von unterschiedlichen Erlebnisweisen beim Thema Homosexualität zu sprechen oder muss jeder Mensch, der so empfindet, dem inzwischen geflügelnden Wort zustimmen Ich bin schwul und das ist gut so Die Frage, ob es legitim ist, von einem unterschiedlichen Erleben zu sprechen würde ich zunächst mit einem vorsichtigen Ja beantworten Denn es scheint verschiedene Erlebnisweisen im Spektrum des homosexuellen Empfindens zu geben Denn scheinbar ist das homosexuelle Empfinden nicht für jeden gleich wie eine europaweite Untersuchung 2016 zeigt Denn dort wird auf zwei Phänomene hingewiesen Es gibt unter den Menschen zwischen 14 und 29 eine große Varianz von unterschiedlichen sexuellen Orientierungen rund um das Phänomen Homosexualität So wird dort gesagt, dass in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen 5,7% meist heterosexuell, manchmal homosexuell empfinden 4,0 empfinden genauso heterosexuell wie homosexuell 1,4% der Befragten sagen, dass sie meist homosexuell empfinden und 3% empfinden nur homosexuell Und 2% bezeichnen sich sogar als asexuell Das heißt, sie haben gar kein sexuelles Verlangen Hinter dieser Statistik stehen also 11.754 Menschen die das Phänomen der nicht-heterosexuellen Orientierung kennen und jeder scheint es anders zu erleben Gleichzeitig sieht sich vermutlich jede dieser befragten Personen in einer ganz anderen Lebenssituation Vielleicht leben ja manche in einer heterosexuellen Beziehung und empfinden ab und an homosexuell Vielleicht leben manche in einer homosexuellen Beziehung und hin und wieder bricht ein heterosexuelles Begehren durch Vielleicht sind ja manche dieser Menschen Mütter und Väter, haben Familie oder merken vielleicht, dass sie zwar einen Partner des gleichen Geschlechts sexuell attraktiv finden, aber Liebe und eine tiefe Verbundenheit erleben sie nur mit einem Partner des anderen Geschlechts Ich denke, dass diese Menschen das Recht haben sollten über ihre unterschiedlichen Erlebnisweisen zu sprechen und darüber nachzudenken und dass sie nicht dem Satz zustimmen müssen Es ist gut so Das zweite, was an dieser Statistik auffällt Die Statistik zeigt auch eine Abnahme der nicht-heterosexuellen Empfindungen in der Altersgruppe der 30-49-Jährigen und der 50-65-Jährigen Hier darf nicht schnell gefolgert werden, dass sich die sexuelle Orientierung im Laufe des Lebens in Richtung Heterosexualität verändert Denn es kann ja sein, dass sich die Menschen der älteren Altersgruppen schwer tun über ihre gleichgeschlechtliche Neigung zu sprechen Verschiedene Untersuchungen zum Jugendalter aber haben gezeigt dass es eine stärkere Neigung gibt, sich im Alter zwischen 16 und 22 Jahren und auch darüber hinaus in Richtung eines eher heterosexuellen Begehrens zu verändern So kommt der Sexualwissenschaftler Savin Williams 2007 zu folgendem Schluss Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 16-Jähriger, der sich als homo- oder bisexuell bezeichnet sich bereits ein Jahr später als heterosexuell bezeichnet ist 25 Mal höher, als es für einen heterosexuellen 16-Jährigen wahrscheinlich ist sich mit 17 Jahren als homosexuell zu bezeichnen Das heißt, im Jugend- und jungen Erwachsenenalter scheint die sexuelle Orientierung noch auf dem Weg zu sein, ihre feste Form zu finden Auch hier könnten weitere Untersuchungen, die eine erhöhte Plastizität der sexuellen Orientierung in diesem Altersbereich nachweisen, angeführt werden Ich will aber zurückkommen auf die Frage Darf man von unterschiedlichen Erlebnisweisen beim Thema Homosexualität sprechen? Die Hinweise auf das Jugendalter zeigen, ja, das kann legitim sein Denn es gibt zwei Gründe dafür Ein Mensch, der nur homosexuell empfindet, erlebt vermutlich sein gleichgeschlechtliches Begehren anders als ein Mensch, der irgendwo zwischen einem homosexuellen und einem heterosexuellen Empfinden steht Und auch ein Mensch, der noch mit 16 Jahren sagt, ich bin homosexuell und mit 22 Jahren sagt, er sei heterosexuell erlebt wohl auch etwas anderes als ein Jugendlicher, bei dem das homosexuelle Begehren bis über das 20. Lebensjahr hinaus stabil ist Was damit aber nicht gesagt ist, darf ich aufgrund der verschiedenen Erlebnisweisen meine Sexualität hinterfragen? Oder darf ich sogar die sexuelle Orientierung, die ich mit 16 Jahren in mir finde und die mit 22 Jahren anders sein kann, in irgendeiner Weise infrage stellen? Solche Hinterfragungen scheinen heute nicht mehr selbstverständlich zu sein Denn auf der einen Seite gibt es die von Savin Williams in seinem Buch The New Gay Teenager beschriebene Aussage unter jungen Menschen Ich habe mit Menschen Sex, die mir gefallen und will mir weder das Label heterosexuell oder homosexuell umhängen Auf der anderen Seite gibt es das Konversionsverbot, ein klares Verbot, über eine Veränderung der sexuellen Orientierung nachzudenken bzw. über den Wunsch, bereits vorhandene heterosexuelle Empfindungen zu stärken Betrachtet man aber die sexualwissenschaftliche Literatur genauer, dann gibt es berechtigte Gründe, die eigene Sexualität zu hinterfragen für heterosexuelle wie für homosexuell empfindende Menschen Erster Grund Der erste Grund ist das eigene subjektive Wohlbefinden, wie Gerig Zimbados sagen Nach ihnen kann ein Mensch seine sexuelle Orientierung hinterfragen, weil er damit einmal subjektiven Stress verbindet weil die sexuelle Orientierung die geistige Tätigkeit blockiert weil man aufgrund der Beschäftigung mit der sexuellen Orientierung seine sonstigen Lebensziele aus dem Auge verliert oder weil sich das Sexualverhalten in einem destruktiven Verhalten äußert oder weil man unter einer Ungleichbehandlung aufgrund der sexuellen Orientierung leidet Drei Beispiele aus der Praxis sollen beleuchten, welche Menschen dahinter stehen Eine Frau, 19 Jahre, schreibt in einer Mail Ich empfinde gleichgeschlechtlich und habe eine Freundin Was mich aber in dieser Beziehung unglücklich macht, ist die stärke Abhängigkeit von meiner Freundin Wenn sie mich nur für einen Augenblick verlässt, dann fühle ich mich total verlassen Oder wenn sie mir auf eine Nachricht nicht sofort zurückschreibt, dann stürzt mich das in eine solche Krise, dass ich sogar an Suizid denke Subjektiver Stress Ein anderes Beispiel Ein Mann, 22 Jahre, sagt In mir ist immer ein Loch, wenn ich mit einem Mann schlafe Ich habe zwar einen festen Freund Aber empfinde die Sexualität mit ihm so, als ob ich in meinem Mannsein ein Loch habe Als ob ich unvollständig bin Unzufriedenheit mit der Sexualität Oder ein anderer Mann verheiratet mit einer Frau Er sagt, ich bin in der Sexualität mit meiner Frau glücklich Der Sex klappt toll, aber immer wieder bricht ein starkes homosexuelles Verlangen in mir durch Dann wünsche ich mir Sex mit einem älteren Mann und ich wünsche mir, dass er mir etwas von seiner Potenz gibt All diese Menschen empfinden Stress in ihrer sexuellen Orientierung Zweiter Grund Der zweite Grund könnte sein, dass jemand entdeckt, dass er in seiner Sexualität nicht zu einer Balance findet Vor allem der Sexualtherapeut David Snark sagt im Anschluss an Murray Bone So beobachtet er, dass Menschen dann Stress mit ihrer Sexualität haben, wenn sie sich in einer sexuellen Beziehung nur aufopfern Dabei aber ihr eigenes Selbst, also das selbstbewusste Empfinden für eigenes Mann- oder Frau-Sein verlieren Und er beobachtet, dass dann Menschen in eine Disbalance geraten, wenn sie nur ihren Selbstwert in den Vordergrund stellen Also wenn sie die sexuelle Beziehung benutzen, um sich darin in ihrem mangelnden Ich-Bewusstsein zu stabilisieren Auch hierfür zwei Beispiele Ein Mann sehr erfolgreich im Beruf beschreibt, dass er sich oft beruflich überanstrengt Immer habe er Angst, er könne nicht genügen Oder er könne die Anforderungen nicht schaffen Wenn es mir so geht, sagt er, dann gehe ich in eine Sauna, wo ich andere homosexuelle Männer treffe Mit denen will ich aber keine Beziehung haben, sondern nur Sex Das heißt, ich suche mir Männer, die mich bewundern, gut finden und die mich befriedigen Mehr aber will ich nicht von diesen Männern Das heißt, der Mann sucht Sexualität, um sich in seinem Selbstwert nach Snark, in seiner Autonomie zu stabilisieren Auf den Aspekt von Beziehung kann er sich nicht einlassen Ein anderes Beispiel Eine Frau erzählt Ich will eigentlich keine sexuelle Beziehung zu meiner besten Freunden leben Aber immer wenn ich Angst habe, dass sie mich verlässt, lasse ich mich darauf ein Hier ist also ein Mensch, der den Beziehungsaspekt betont Und seine Angst vor Beziehungsverlust über Sexualität reguliert Dritter Grund Der dritte Grund, über seine Sexualität genauer nachzudenken, könnte in einer nicht gestillten Sehnsucht Oder in einem Kampf gegen etwas begründet sein, das ich nicht mehr erleben will So zumindest sagen es die Sexualwissenschaftler und Therapeuten Robert Stoller, Eberhard Schorsch Oder Friedemann Pfefflin, weitere könnten genannt werden In den von ihnen zahlreich veröffentlichten Fallbeobachtungen beschreiben sie Menschen Die sich in ihrer Sexualität, zum Beispiel in ihrem Geschlechtskörper nicht wohlfühlen und gegen ihn kämpfen Oder sie zeigen auf Menschen, die Zugehörigkeit, eine gewisse Annahme für ihre Geschlechtlichkeit herstellen wollen Oder die um ihre Potenz kämpfen Auch hierfür wieder drei Beispiele Ein Mann beschreibt den Kampf um seinen Geschlechtskörper mit folgenden Worten Ich hasse meinen Körper Meine Mutter sagte schon, dass ich ein sehr gebärfähiges Becken habe Immer denke ich, ich bin weniger Mann als andere Wenn ich Pornos schaue, dann konzentriere ich mich dabei immer auf den Mann Der mit der Frau schläft Dabei wünsche ich mir, dieser Mann zu sein Wäre ich so wie der, dann könnte auch ich mit einer Frau schlafen Ein weiterer Fall Eine Frau beschreibt, dass sie sich von anderen Frauen distanziert fühlt Sie hat immer das Gefühl, von anderen Frauen nicht als Frau gesehen zu werden Ihr ist daher, so sagt sie, der Sex mit Frauen nicht so wichtig Als vielmehr die Herstellung einer nahen, untrennbaren Beziehung Zwischen die kein Blatt passt Es geht der Frau also in der Sexualität um die Herstellung von Zugehörigkeit und Akzeptanz Von Geschlechts oder Geschlechtsgleichen Ein Mann, dem es um Potenz geht, beschreibt dieses Phänomen so Ich habe eine Freundin, aber immer wieder, vor allem dann, wenn ich denke, ich sei nicht genug Oder wenn ich mich minderwertig und impotent fühle Dann verfalle ich wie in einen Rausch und brauche einen Mann Ich meine einen richtig potenten Mann Für ihn spielt er bei der Penis des anderen Mannes eine wichtige Rolle Das Ringen dieser Menschen mit ihrem Geschlechtskörper, mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Geschlechtsgruppe oder mit ihrer Potenz lässt sich mit den Überlegungen des Entwicklungspsychologen Helmut Fendt gut nachvollziehen Fendt nimmt an, dass der junge Mensch sich im Bereich seiner Geschlechtlichkeit und Sexualität nicht nur irgendwie selbstverständlich nach dem Prinzip Same und Baum entwickelt Sondern, dass er gerade in der Pubertät seinen Körper neu aneignen und bewohnen muss Das hat dann nach seiner Auffassung auch viel mit der Annahme durch die gleichgeschlechtliche oder gegengeschlechtliche Gruppe zu tun Die in mir jetzt den Mann oder Frau sehen soll und nicht mehr den Jungen oder das Mädchen Und schließlich hat gerade auch die Entwicklung der Sexualität etwas damit zu tun Seine potenzielle Fähigkeit zur Sexualität als Bewusstsein von Potenz zu integrieren Interpretiert man die genannten Beispiele entlang der handlungsorientierten Entwicklungspsychologie nach Fendt Dann könnte man zur Frage gelangen, ob diese Menschen nicht in ihre Sexualität um diese Integration ringen Sie aber irgendwie nicht herstellen können oder keine Gewissheit darin erlangen können Vierter Grund Ein vierter Grund, ganz einfach gesagt, kann mit Bindungsstress zusammenhängen Vor allem Wolfgang Berner, Sexualwissenschaftler in Hamburg, bezeichnet das als eine mögliche Ursache für den Stress Den man mit seiner Sexualität haben kann Er sagt, dass der Mensch in seinen Beziehungen nach etwas strebt Damit knüpft er an eine heute weithin anerkannte Theorie der Motive an Die auch Bernhard Strauss mit Herausgeber der Zeitschrift Sexualforschung und Professor in Jena Als Ursache für allerlei sexuelle Probleme beschreibt Berner bestätigt dies und sagt Der Mensch strebt von klein auf nach Versorgung, Annahme, Beziehung und Selbstsein oder nach Selbstwirksamkeit Der Mensch kann nicht, sondern muss sich all diese Dinge eigentlich in Beziehung verwirklichen Gelingt das aber aus irgendeinem Grund in der Beziehung nicht Dann gerät der Mensch aufgrund des Beziehungsverlustes in einen Stress Bleibt aber auf der Suche nach diesen beziehungsorientierten Motiven Und sucht etwas, das genau zu diesen Motiven passt Das muss am Ende nicht die Sexualität sein Aber Berner beschreibt in seinen Forschungen um Sexualität Dass es eben manchmal auch eine Sache sein kann Die schon früh eine Nähe zur Sexualität hat Oder die sich im späteren Leben des Menschen Etwa mit der Pubertät dann sexualisiert Hierzu auch wieder zwei Beispiele Ein junger Mann beschreibt Dass er sich bereits im Kindergarten Nicht zu den Jungs zugehörig gefühlt hat Er hatte schlicht Angst vor ihnen Warum weiß er nicht Aber neben der Angst war immer die Sehnsucht Danach dazu zu gehören Eines Tages aber, etwa im Alter von fünf Jahren Beobachtet er, während er sich mal wieder am Rande der Jungsgruppe aufhielt Einen Jungen Der stand im Mittelpunkt Von vielen wurde er als beliebtes Spielkamerad gewählt Jetzt, so der junge Mann Habe ich mir einfach für einen Augenblick vorgestellt Dieser anerkannte Junge zu sein Ich stellte mir vor, in seine Haut zu schlüpfen Was dazu führte, dass ich auf einmal keinen Stress mehr empfand Das heißt, der Stress über die mangelnde Zugehörigkeit war weg Er, so der junge Mann weiter Habe sich dann immer und immer wieder in solche Fantasien geflüchtet Denn das Gefühl, nicht dazu zu gehören, blieb in ihm In der Pubertät sei aus diesem Gefühl dann ein homosexuelles Begehren geworden Ein weiterer Fall Ein anderer Mann erzählt, dass er immer eine enge Beziehung zu seinem Vater hatte Letztlich habe er die Beziehung aber immer als etwas vereinnahmend empfunden Denn der Vater habe ihn mehr oder weniger gezwungen, seine eigenen Bedürfnisse zu vergessen Und sich auf die des Vaters zu fixieren In ihm sei immer mehr das Gefühl entstanden, sich selbst fremd zu sein Vor allem aber habe er sich schwach gefühlt unmännlich Bereits als Junge habe er aber begonnen davon zu träumen, ein Polizist oder Feuerwehrmann zu sein Vor allem war ihm dabei die Uniform wichtig Denn hätte er eine solche an, dann wäre er männlich und stark In der Pubertät habe dies dann in eine homosexuelle Sehnsucht gemündet Er wünschte sich eine sexuelle Beziehung zu einem Uniformträger Nicht aber eine Beziehung, eher wollte er nur die Uniform, um sich männlich zu empfinden Entlang von sexualwissenschaftlichen Modellen, die für heterosexuelle Menschen und nicht-heterosexuelle Menschen gelten Habe ich jetzt vier Gründe dargestellt, warum es legitim ist, sich in seiner Sexualität zu reflektieren Damit steht aber nun eine letzte und wichtige Frage im Raum Sage ich damit, dass eine nicht-heterosexuelle Orientierung pathologisch ist Also eine Krankheit darstellt Nein, das sage ich gerade nicht Denn die Modelle gelten für heterosexuelle Menschen wie für nicht-heterosexuell empfindende Menschen Aufgrund des gestellten Themas aber habe ich mich in den Fällen hauptsächlich auf Menschen bezogen Die homosexuell oder eben nicht-heterosexuell empfinden Ein zweites Mit diesem Modell sage ich weiter auch nicht, dass Menschen, die solche Konflikte bei sich finden und diese lösen Dann automatisch heterosexuell empfinden Auf was ich mit diesen Modellen aber hinweisen will, ist Die Tatsache, dass Sexualität oder ein sexuelles Begehren, das der Mensch in sich vorfindet, reflektiert werden kann Ich sage auch, dass es dafür Parameter gibt Es gibt Parameter für gelingende und nicht-gelingende Sexualität Und jeder Mensch hat das Recht, ein stressfreies Leben zu führen Hoffentlich mit der psychischen Fähigkeit ausgestattet, seinen Wunsch nach Selbstsein und seinen Wunsch nach Beziehung in guter Weise zu balancieren Ich selbst spreche hier als ein Mensch, der in seinem eigenen Leben solche Konflikte erlebt hat und der homosexuell empfunden und zum Teil auch so gelebt hat Für mich stand am Ende der Bearbeitung meiner Konflikte eine deutliche Abnahme der homosexuellen Empfindungen Das aber ist meine Geschichte Dass die Geschichte anderer Menschen anders verläuft, habe ich in der Begleitung von vielen Hunderten von Menschen erleben dürfen Dass Menschen aber frei werden, wenn sie sich verstehen, sowohl in ihrer Psyche wie in ihrer Sexualität, habe ich auch erlebt Und daher sage ich, sich selbst und seine Beweggründe verstehen, lohnt sich Denn am Ende steht ein Bewusstsein über sich selbst, das Grundlage für alle Entscheidungen sein sollte im Leben Auch für die Entscheidung darüber, wie ich die je eigene Sexualität und sexuelle Orientierung leben und gestalten will Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Vielen Dank